Yo Leute und damit Willkommen zu Donkey Kong Country mit Flash Was wolltest du sagen, Mega Projekt Centus? Nö, keine Ahnung Oder Super Mario World wieder Nö, wusste eben nur nicht, was ich sagen sollte Achso, okay Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung Vielleicht Hähnchenkollen, die er gerade gefressen hat Ja, mit einer Aufnahme meinst du, ne? So straffe, geht er jetzt einfach tot Hey, die Fresse vielleicht Nein, einfach weil ich möchte Ja Du bist einfach so behindert, Flash Ich weiß Ich bin Flash Aber wenn ich nicht behindert wäre, ne? Dann würdest du mit mir nicht aufnehmen Ach Sagst du So, jetzt bin ich überlegen Fliegen oder nicht Aber wenn würdest du behindert werden? Ich glaube, ich fliege mal eine Runde Nein Nein Ich hole mal ein paar Nein Ein paar Lebens Nein Hat auch so 40 Stück Nein Nein Alter, du hast den Kack im Kopf Nein 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 Du bist scheiße Nein Du hast den Klops Nein 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 Boah, ey, wie ich übersteuere Weil du doch behindert bist Stammte Scheiße Nein Nein Boah, das war noch lauter eben Nein Nein So, irgendwas muss doch hier sein, ganz ehrlich Bananen Zehn Bananen Ist noch weiter rüber? Ja, ich gucke mir gar nicht, die anderen Bananen auch noch holen Bei mir ist das Ja, Herr Aaaah not Hass Myth Ich glaube, dass du das Platz superl tonnst aber richtig das bitte nicht aufnehmen oder machen das alter das wirklich ich sag einfach nichts hatte nämlich die leise stellen macht das ja nicht immer gut dass ich überlegt habe alles wusstest du trotzdem doch ja ich wusste überlegen ich hätte jetzt frosch aufgemacht fisch und wenn der die nass geworden ja 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 es gibt schon wieder leute die sich deswegen aufregen weil ich spendet ja bei die regel sagt ja auch den euro spenden und das machen wer das ablehnt 100 euro ach da ist das aber ja was mal zweifach what the fuck willst du mich verarschen flash du alter schieter 6 leben auf einmal bitte dankeschön hätte man noch eine 6 gebraucht 6 6 6 bitteschön vertreib mal zendos es gibt bei den anderen tieren das auch beim nashorn ist es ganz oben rechts da kommst du so schwer hin da musst du du fängst ja vorne links an dann springst du diese plattform hoch da musst du wieder ja hoch und dann kannst du wieder oben drüber springen da gibt es glaube ich mal drei oder so oder mal auch mal zwei und beim frosch ab weiß ich es nicht ne egal beim strauß gibt es gar nicht da soll es irgendwo geben aber ich habe es bisher noch nicht gefunden findest du na wie ist es wer ist es der da ja eins gibt es nicht ne was mit eins eins gibt es nicht daum hoch daum hoch ne das ist eigentlich voll der gute daum hochgeber ja daum hoch daum hoch daum hoch da gibt es Spinnernir was du da spin fuck mies bin ein bisschen zu früh gesprungen ne gar nicht ich bin gesprungen jetzt haben wir die Sprintentaste lösen müssen nein 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 kannst du das einfach mal in Oktave leiser stellen nein so ist doch angenehm nein so hat er gerade die Hälfte erreicht weil es überschwerte nein vertreib ja 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 panola das klingt auch noch an zu stöhnen ich glaube es da nicht komm jetzt Krokodok hier ich will nur das Leben hier haben guck mal das hat er schon wieder hingekriegt yeah Krokodok Krokodok jetzt kommt gleich der noch wieder die Matschkopf hier Matschkopf Matschkopf oh das war knapp gut abgewehrt hier das war knapp ach da ist nichts knapp sehr ruhig das ist alles hier gekonnt ne das weiß man doch ne bei dir ist gar nichts gekonnt aus außen und seit recht alles nur Glück soo und nix und dies ja ja ich mach einfach nochmal mach einfach nochmal Fisch bah Fisch 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 hier in den Fisch springen da musst du mittlerweile wissen dass ich das kann zwinker zwinker mir aber egal na für die ladies hat das gerade gemacht welche ladies ach so was recht welche lady ha 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 ja du mich auch das level geht relativ schnell finde ich stopp da stopp da 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 ich bin ganz überlegen wo eigentlich War noch was beim Fisch? Links, rechts, oben, unten. Aber wo genau noch mal? Ja, ist klar. Hol dir noch einen dritten. Nein. Ich will noch leben, ganz ohne Witz. War ich nicht. So Kinder einfach. Cheater, doch noch mehr. Nein. 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 Ich bin behindert. Ja, 99 Sekunden. Alle 33 Sekunden 100 Dinger holen. Ja, ist klar. Mir auch. Warum? Warum? Das sollte man eigentlich relativ gut hinbekommen. Eigentlich. Wenn man nicht Centus was. Beim Frosch ist es ganz links oben, jetzt weiß ich sowas ist. Ja. Meinst du? Das ist dahinter irgendwo. Wie beim Nasson. Beim Nasson ist es auf der anderen Seite rechts. Aha. Wieso meinst du das? Darum. Das ist ja ruhig. Das ist so geil, wenn du so vier Leben gerade hast und dann kriegst du das mal zwei Dinge. Ja. Oder hast 398 oder 379 und jetzt kriegst du mal zwei. Und da unten sind nochmal so Dinger. Also, ich würde sagen, schon geil. Nein. Das war schlecht. Hey, du spielst. Leck. Ja. Leck. Du willst sterben. Außer drückst runter. Machst du so? Machst du so? Anders hättest du nicht schaffen können. Weiß. Gemerkt. Mau. Mau. So. Tschüss. Ah, 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 ah. Boah, das hasse ich hier, ne? das war knapp und verdeckt vor das spiel rotwasser was war das denn jetzt was leckt es gerade so widerlich keine ahnung frag mich nicht schrei noch lauter ich hab nicht laut geschrien nein habe ich nicht das behindert also so wieder die skelecke das nervt ganz schön gerade ich weiß nicht wer das herkommt oh falsche richtung würde ich mal sagen warum leckt das denn so extrem was ist los freu mich jetzt gerade nicht jawohl jetzt kommt der stehe gleich im vordergrund ach nö nein da mit ihr ja 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 gar nicht was war denn hier eigentlich noch mal vorbeigesprungen natürlich doch wenn man es trifft da war ein fass ja das hat in dem moment vorgelegt jetzt legt das schon wieder ich merke das gerade was ist das gerade keine ahnung keine ahnung meine gute ey nein boah centus untertreib wir bekämpfen wir wenden nicht wem knacken boah ey ganz ernsthaft ganz ernsthaft ganz ernsthaft sehr ernst ich kriege Ärger wieder verteilen hier ey BAM vor allem jetzt ist das mit aber ein bisschen schnell gerade was kommt mir sofort so schnell grad ist das spiel keine ahnung, ich übertreibe einfach also so drin oder so da dran liegen da dran da dran ich brauche viel fdw naja, hier ist das auch irgendwo dahinter meinst du wie gesagt ich weiß das ganze genau nicht du 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 du.. ja boah leck lecker ist mir auch grad zu hart jetzt kommt es bei mir vor mir nämlich auch 3 zu wenig ich weiß nicht was los ist schlecht ich glaube jemand benutzt mein internet hochladen ja das meckert bestimmt der so kenne ganz ernsthaft nämlich verarschen aber noch das was in der hand ja ja und mir das hier vor pixel fehler schräg schimpfer ich muss ja ich weiß haben wir eingesprungen ja bin ich gerade auch einfach wie soll man nichts hochladen wenn man aufnehmen sind meine freundin ist noch mal meine freundin ist auch noch zuhause am zocken ja was auch immer und damit bis zum nächsten arbeit dann wieder im country tschau tschüss